Kein Knopf an der Wand. Und da auch nicht. Okay. So, dann ist es okay, wenn der mich dahin zurückbringt. Eigentlich, weil... ...den Weg muss ich so oder so gehen. Um hier lang zu kommen. Und da rein zu kommen. Da kann ich nicht durch. Da war ich falsch. Und ja, ich gucke verdammt oft auf die Karte. Das ist sicherlich den Leuten schon allein an meinen Thumbs aufgefallen. Da ist schon mal ein Knopf. Okay. Ein Dreher. Noch ein... ...Port. Ernsthaft? Da war ein Port. Vor allem einer von der miesen Sorte, der nicht angezeigt wird. Okay. Wo war jetzt der Port? Hier, oder? Ja. Und ich weiß, ich könnte hinlaufen, anstatt die Quickloads zu machen. Das ist lame mit den Quickloads, aber es spart Zeit. So, das heißt, ich kann nicht über die Kreuzung laufen. Ich kann nur... ...also nicht da lang, sondern muss da lang gehen. Okay. Das heißt, da lang im Laufen bringt mir jetzt mal gar nichts. Da... ...wurde ich geportet. Okay. Klang auf jeden Fall so, als ob es aus diesem Raum hier kam. Hm, ich bin wieder hier, auf der Seite. Ach, da ist was aufgegangen. Ein Wasserloch. Mhm. Was auch immer ich jetzt gerade kaputt gemacht habe, das war nicht diese Mauer. ... Yikes. Hmm, noch eine Secret Library, ein Amnethist, okay. Absorb Elemental Magic ist wieder Battlemage, Dove Defense, haben wir es dann, eine Schriftrolle, ein Monster, du bist ein Battlemage Spell, Disabling Spell, all Monsters on the same level as the party have I set to guard. Monsters stop moving until the party is seen again, okay. Silence kennen wir bereits, und hier ist noch was zum Einschlagen. Ah. Wieder ein Secret mit einem Stück Kuchen. Das war's schon hier drin, okay. Na gut, das war auch ein ziemlich billiges Secret, muss ich ehrlich sagen. So, scrollen. Ah. Wieder Natsu und Jalal. Hey Natsu. Ich werde Bearing Up, wie kann man das am besten übersetzen? Aufräumen ist schlecht und äh, befestigen auch irgendwie. Ich werde die östliche Bibliothek in den nächsten Tagen vorbereiten. Ich habe Glimpses, äh, Spuren des äh, Traumstählers hier gesehen. Als ob es hier herum schleicht, es. Was beim flammenden Licht ist es. Bezogen auf deine Reisemethode, sie ist großartig. Um genau zu sein, wir sollten sie alle Usen, äh, benutzen. Sie ist immerhin am sichersten. Schade, dass die Dazi Caps nicht dort wachsen, wo wir es wissen. Sie sind wertvoll, für genau diesen Grund sammle ich sie. Weiterhin bin ich dabei, Waffen, äh, wie angefordert aufzubewahren oder zu sammeln. Und wir werden bald in der Lage sein, eine Angriffstruppe auszurüsten. Um in den Albtraumtunnel zu kommen, das weiß ich immer noch nicht. Es muss einen geheimen Schalter irgendwo geben. Wahrscheinlich hinter einer dieser, äh, losen Wände oder bröckligen Wände. Alles andere ist verdammt. Oh, wichtig ist noch, dass, äh, das Zaubern des Elektro-Kinetic Puls die goldenen Orb-Fallen ausschaltet, die hier überall sind. Ich brauche eine neue Lösung. Ich wäre, wird es langsam leid, mich hier zu verirren. Wo auch immer dieser obskure Ort ist. Und besonders, weil ich bereits träume in einer alternativen Traumwelt-Dimension. Ernsthaft, wer denkt sich diese Scheiße aus? So, ich habe eine Schriftrolle für diesen Zauber übrig gelassen in der nordöstlichen Bibliothek. Oh, und übrigens hast du uns dort ausgeschlossen? Ich bin sicher, ich hatte den Schlüssel, aber ich erinnere mich, ihn dir gegeben zu haben. Oder war das ein Traum? Ja, ich bin mir nicht sicher, was das angelangt. Wir reden bald wieder, Gérald. Mhm. Gut. Ja, das sieht aus wie die östliche Bibliothek. Da war ich halt immer noch nicht drin. Mal sehen, wie ich da reinkomme. Da höre ich auf jeden Fall was. Ich sehe auch was. Hi. Kommst du hier? Oh. Oh. Ich habe gerade die Wand auf der anderen Seite weg gepustet. Äh, ja. Das ist auch immer wieder lustig. Ich habe aber so das Gefühl, ich bin hier noch nicht fertig. Na ja, ein Quicksave mal machen. Hm. Hi Kumpel. Jetzt kriegen die beiden halt einen ordentlichen Batzen Erfahrungspunkte. Die anderen beiden werden hinterher hinken. Ja, und das sieht wirklich so aus, als ob alles hier in diesen zentralen Raum reinläuft. Ach, hi. Okay. 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 Gut. So, das heißt wieder. Hier rein. Dummdi dumm. Ah. Secret. Warlock Loves. Du hast tolle Mittens. Du hast schon Warlock Loves. Okay. Dann wieder so ein Steinchen. Ja. Mh. Bone Amulett. Ah, jetzt werden wir langsam wieder überladen. Gut. So. Knochengezeugse. Oh ja, den könntest du jetzt theoretisch tragen. Able to power other equipment you have. Ah, damit kann ich Sachen wieder auffüllen. Okay. Sie kann den aber nicht tragen, weil sie schon zu viel trägt. Und der ein Kilo wiegt. Äh. Ja, irgendwann muss ich mal aufwachen und das ganze Zeug loswerden. So. Moment mal, ich hab doch hier. Ach so. So. Noch einen Weg freigeschalten gehabt. Gut. So. Letzter Schlüssel für den Augenblick. Machen wir die beiden mal raus. Was? Da hinten sehe ich auf jeden Fall wieder einen Knopf. Ich hab aber so das Gefühl. Nein, hier ist kein Port. Aber ich habe irgendwo was aufgehen gehört auf jeden Fall. Ok. Und da geht es auch schon wieder zu. Oh. Oh, Secret found. Oh.